Da sind wir wieder zurück mit einer weiteren Partie FIFA 18 am 31. Spieltag. Wir spielen zu Hause gegen den Jan aus Regensburg. Ja, Spieltag 31. Nach diesem Spieltag sind es noch drei. Wir spielen gar nicht zu Hause. Wir spielen auswärts in Regensburg. Zurück zum Thema. Nach diesem Spieltag sind es noch drei. Drei Begegnungen. Im Moment sind wir Platz zwei. Und es ist immer noch knapp. Hier kann sich noch keiner sicher sein, aufsteigt oder nicht. Es ist immer noch fucking, fucking, fucking knapp. Ja, nachdem wir die letzte Partie auch nicht gewonnen haben, sondern nur 0 zu 0 gespielt haben. Ganz stark. Müssen wir heute einfach mal wieder alles reinwerfen. Es klappt. Fehlen Dreier. Auf geht's. Rechts wäre Joswiak. Tauchspiel macht für den immer noch zu nutzen. Die Gelke. Sehr gut entwickelt halt. Was denn jetzt? Achso. Okay. Also wir dürfen hier alles nur nicht verlieren. Es ist alles erlaubt. Auch nicht unentschieden. Eigentlich ist es nur ein Sieg. Nur ein Sieg ist hier Pflicht. So, damit ich es kassieren kann. Dann ist es ja gut. Das war uns. Das war uns. Alles war uns. Das war uns. Und das war uns. Das war uns. Oh mein Gott, auch. Nase war uns. Der war uns. Poh-Glaubens. Eggerstein, ja, Eggerstein, er spielt mal wieder. Was ist denn jetzt schon wieder? Eggerstein, ja, Eggerstein, er spielt mal wieder. Ein Glück, konnte er nicht schießen. Und Möwe macht es besser auf der anderen Seite. Sehr schön. Eggerstein, er spielt mal wieder. Eggerstein, er spielt mal wieder. Eggerstein, er spielt mal wieder. Regensburg ist jetzt verunsichert. Zurück. Voll. Da sitzt jemand, fetzt auf dem Boden, aber der rappelt sich wieder hoch. Da kommt der bei nicht durch zu uns. Oh, wieder so ein Lattenknack. Diesmal macht es den Leadfade besser. Jetzt war es dann ein Versuch davor. Wieder ein schöner Schuss. Wir nehmen uns das Lattenkreuz. Dann hebt er ihn mit dem Kopf drüber. Hochgemacht. Was zum Teufel war das. Eich, 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 eich. Eich, eich, eich. kacken pisse abfalle oder was Ich weiß nicht, was ich hier ist. auch leider gut gemacht von pinke muss man sagen sein fucking ernst jetzt jetzt wo ich im angriff bin wo ich hätte laufen können pfeift er ab würde mich verarschen daran abzufallen ich sitze das ist doch nicht dein fucking ernst oder die hacken da aber auch rein jetzt vielleicht mal eine gelbe karte zeigen das ist nicht wahr das ist nicht ich hasse dieses spiel moment ist da gibt es essen kotzen echt es kann nicht wahr sein so verfickten elfmeter meine fresse dreck hier scheiße ... ... ... ... ... ... Ja, zudem. Wie dieser Elfmeter hier in FIFA Die kotzen mich gerade echt sowas von an. Man, hier ist 223 durch Sammy LHV. Der fucking Ausgleich. Noch ein Imaging können wir uns eigentlich nicht leisten, also müssen wir weiterhin auf die Offensive gehen. Nicht mit so einem Pass. Der war auch nicht viel besser. Die können nur abstaubern, habe ich das Gefühl. König von Joswiak. Dann findet er. What the fuck? Was ein Tor von Edward Niketia. Leck mich fit am Arsch. Schönes Ding. Da in der Spiegel dreht. Es steht 3 zu 2 für uns. Ich denke, ohne Chance. Ohne jede Chance. Und so an. Nimmt er einfach von da aus schön. Ich sage, mit rechts. Ich habe mal mit rechts Wolli genommen. Abgezogen. Schönes Ding. Schönes Ding. Schluck auf. So aufgeregt hier. Jetzt sind sie natürlich nervös. Jetzt sind sie natürlich nervös. Ich werde mal zurückschrauben hier. Das war doch mal wieder gar nichts. Das war doch mal wieder gar nichts. Streift der am Tor vorbei. Ich bin durchgesetzt hier von Sobotta. Angeraden von Pinke. Der da schön Linke hinzu macht. Das ist ein Niketia, der schwer macht. Schade immerweil. Was war das denn bitte? Das war nichts Gar nichts Junge, Junge Jetzt wird es eine heiße Schlussphase geben hier glaube ich Ja Den würde ich genau so machen, nicht Also somit allein am Abseits Eine gute Chance werden können Ich sagte langsam nichts mehr zu, das ist mir langsam nicht zu blöd geworden, weil FIFA sich über die Schiedsrichter zu beschweren Die kriegen es aber auch nie hin Diese scheiß Schiedsrichter ist ein bisschen eng Das ist echt Oh 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 .. Oh 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 gut hier kommen die drei minuten klima gut es muss noch mal gegeben zu einer ecke jetzt ab pfeifen ab pfeifen pfeif ab du Hund und noch nach vorne schön yes oder das war es noch nicht abseits wir sind schon bei fünf minuten hallo nachspielzeit waren drei angezeigt jetzt aber schluss hallo immer will ich verarschen oder was der will mich doch echt verarschen lassen wir so lange spiel ein bisschen durchschießen oder was respekt hallo abpfiff abpfiff neun minuten 50 lässt er nachspielen obwohl drei minuten angesetzt waren also fief doch mal ganz ehrlich verarschen kannst du dich fast letztens alleine drei minuten angesetzt neun minuten 50 drauf geschissen wir gewinnen dieses scheißspiel mit 3 zu 2 ist echt frechheit damit sind wir platz eins mit 50 punkten bucht man sich die schulter ausgekugelt wie lange fällt er aus drei monate acht wochen läuft bei uns also nächste folge geht es weiter bis dahin